Jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da wird es jetzt gehen um ein lange vorbereitetes, aber auch lange in der Ampel umstrittenes Projekt, nämlich die Kindergrundsicherung. Erste Lesung heute zur Kindergrundsicherung. Das ist eines der größten sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition. Kindergeld, Kinderzuschlag für Familien mit wenig Einkommen, die Leistung für Kinder, Bürgergeld und Sozialhilfe, all das soll zusammengefasst werden. Das soll von Vorteil sein. Für die Kinder zum 1. Januar soll 2025 die Kindergrundsicherung starten. Allerdings gab es in dieser Woche auch schon Meldungen, wonach das eventuell rein organisatorisch schwierig werden könnte. Wir werden wahrscheinlich einiges dazu in der Debatte hören. Aber jetzt erst einmal die zuständige Ministerin, Lisa Paus. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauende, jüngst in der vergangenen Woche hat der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, noch einmal eindrücklich in einem Artikel beschrieben, wie Armut auf unsere Gesellschaft wirkt, wie ein Diskurs wirkt, der Armut als selbst verschuldet darstellt, der BürgergeldbezieherInnen als faule Arbeitslose tituliert. Er schreibt, dieses Narrativ untergräbt die Basis unseres Zusammenlebens und es untergräbt unsere soziale Marktwirtschaft. Und ich teile diese Einschätzung, meine Damen und Herren. Studien belegen, als Kind in Armut aufzuwachsen, das hat gravierende Folgen für das Selbstbewusstsein, für die Gesundheit, für den Bildungserfolg. Kinder entwickeln ein Selbstbild, das da lautet, ich habe ja nichts, ich bin nichts, also kann ich auch nichts. Und das ist unwürdig. Das ist unwürdig für unser Land, dass wir so eine Situation haben. Und deshalb bringt die Ampel heute das Gesetz zur Kindergrundsicherung hier in den Deutschen Bundestag ein. Es ist der Einstieg in die Bekämpfung der strukturell verfestigten Kinderarmut in Deutschland. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung des gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, gestern vorgestellt, schreibt in seinem aktuellen Gutachten, die geplante Kindergrundsicherung kann dafür sorgen, dass mehr Anspruchsberechtigte die ihnen zustehenden Transferleistungen tatsächlich in Anspruch nehmen. Und das würde zur Senkung der Armutsgefährdung bei Kindern beitragen. Und das ist wichtig. Diese Einschätzung des höchsten Expertengremiums sollte uns allen Ansporn und Unterstützung sein. Denn die Kindergrundsicherung ist ein wirklicher Systemwechsel. Wir führen alle wesentlichen kindbezogenen Leistungen zusammen, die Familien zustehen. Sie werden künftig über eine einzige Stelle berechnet, über den neuen Familienservice, zu dem die Familienkassen umgebaut werden. Und er prüft mit dem Kindergrundsicherungscheck, wer Anspruch hat. Und er informiert die Familien proaktiv und bietet Beratung und Unterstützung an. Er zahlt den Kindergarantiebetrag, form als Kindergeld aus, und eben gegebenenfalls zusätzlich, je nach Einkommen der Eltern und nach Alter der Kinder, den Kinderzusatzbetrag. Durch Anpassung an die Inflation und die Neudefinition des Existenzminimums wird zukünftig im Jahr 2025 ein fünfjähriges Kind im Bürgergeld, derzeit im Bürgergeld, zukünftig voraussichtlich mindestens 31 Euro mehr haben im Monat. Und das heißt in der Summe 532 Euro für die Kleinsten mindestens und bis zu 638 Euro für die ältesten Kinder. Und das ist eine ganz wichtige Investition in die Chancengerechtigkeit in Deutschland. Applaus Und auch die Situation von Alleinerziehenden verbessert sich. Sie werden zukünftig mehr als die Hälfte des Unterhaltsvorschusses behalten dürfen. Derzeit wird das beim Bürgergeld vollständig verrechnet, bis das Kind sieben Jahre alt ist und danach eben auch, wenn sie 600 Euro mindestens verdienen. Unsere Kindergrundsicherung ist so konzipiert, dass dann auch weniger Geld fließt, je höher das Erwerbseinkommen ist, aber eben genau doch so, dass sich Arbeit immer lohnt. Und das heißt, die Kindergrundsicherung baut auch eine zentrale Brücke von Transferleistungen in die Erwerbstätigkeit. Und auch deswegen ist sie so richtig und wichtig und sinnvoll. Applaus Werte Kolleginnen und Kollegen, es geht um Chancengerechtigkeit für jedes Kind in Deutschland. Aber es geht auch darum, dass es ökonomisch vernünftig ist, diese Kindergrundsicherung einzuführen. Die OECD rechnet uns vor, dass Kinderarmut jährlich etwa 3,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes kostet. Wir brauchen Fachkräfte und wir können auf keinen Jugendlichen verzichten, meine Damen und Herren. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen hier, aber auch in den Ländern, auch im Bundesrat, bitte unterstützen Sie die Einführung der Kindergrundsicherung, den Systemwechsel von der Hohlschuld des Bürgers zur Bringschuld des Staates. Die Kindergrundsicherung ist nicht einfach irgendeine zusätzliche soziale Wohltat, sondern sie ist eine notwendige und zentral wichtige Investition in die Zukunft unseres Landes. Jedes einzelne Kind sollte in Deutschland darauf vertrauen können, ich habe was, ich bin jemand, ich kann etwas, ich habe eine Zukunft in diesem Land. Herzlichen Dank. Erste Lesung heute des Gesetzentwurfes zur Einführung einer Kindergrundsicherung. Aktuell leben laut Untersuchung etwa 2,5, 2,8 Millionen, Verzeihung, 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von staatlichen Leistungen zur Existenzsicherung, davon 1,6 Millionen trotz Erwerbstätigkeit der Eltern. Das ist jedes fünfte Kind. Frau Ministerin, die umfassendste sozialpolitische Reform seit Jahren. So bezeichnen Sie diese Kindergrundsicherung und dann geben Sie Ländern und Verbänden genau eine Woche Zeit zur Stellungnahme. Lang genug übrigens für eine vernichtende Kritik. Die umfassendste sozialpolitische Reform seit Jahren, zu der Sie, lieber Ampel, die Anhörung der Sachverständigen schon am kommenden Montag durchdrücken mussten und damit vor der Anhörung der Befassung des Bundesrates. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig. Es liegen unzählige grundlegende Änderungsanträge in den Ausschüssen des Bundesrates vor. Diese Änderungsanträge hätten in die Beratungen mit den Sachverständigen Eingang finden müssen, wenn Sie es ernst meinen würden. Die umfassendste sozialpolitische Reform seit Jahren. Frau Ministerin, das Projekt der Ampel. Und dann ist Ihnen die Einbringung hier im Haus gerade mal eine Debattenzeit von 39 Minuten wert. Offensichtlich sprechen Sie nicht so gern im Detail darüber. Diese Bundesregierung hat eine Antwort auf Kinderarmut gefunden. Frau Ministerin, das wiederholen Sie mantraartig, in der Hoffnung, dass Ihnen irgendjemand glaubt. Ich kann Ihnen gratulieren, Teilerfolg zumindest Sie selber scheint es zu glauben. Leider ist Ihr Gesetz entwurmt die umfassendste sozialpolitische Mogelpackung seit Jahren. Denn es enthält einfach mal nichts von dem, was Sie hier gerade versprochen haben. Aber es gibt ein mehr. Es gibt mehr. 100 Millionen im kommenden Jahr und dann fortlaufend über 400 Millionen im Jahr für die neue Verwaltung. Aus einer Hohlschuld wird eine Bringschuld. Es gibt nur noch eine einzige Anlaufstelle, sagen Sie, Frau Ministerin. Vielleicht kennen Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf nicht. Kinder leben nicht alleine, sondern in der Familie. Und die Kinder, die im Bürgergeldbezug sind, was ist damit? Die Eltern bleiben im Jobcenter. Die Kinder stellen dann die Anträge bei der Familienkasse. Bildung und Teilhabe bleibt aber in kommunaler Zuständigkeit. Und dazu weitere ungelöste Probleme. Was ist mit der Wohnkostenpauschale? Die wird den Kindern zugerechnet und bei den Eltern wieder abgezogen. Und Verbesserungen bei den Alleinerziehenden leider nicht vollkommen. Denn es gibt auch eine deutliche Verschlechterung bei den Alleinerziehenden, nämlich wenn es bei einem Unterhaltsvorschuss, wenn es um den Unterhaltsvorschuss geht. Und dann heben Sie immer wieder den neuen Kindergrundsicherungscheck hervor. Es ist eine Kannbestimmung, Frau Ministerin. Wenn es Ihnen so wichtig wäre, dass die neue Bundesservicestelle das machen muss, dann schreiben Sie es doch ins Gesetz und sagen nicht, sie kann es anbieten, sie muss es aber nicht. Aber selbst, wenn Sie den Check durchführen würde, dieser Check prüft nur, ob ein Anspruch besteht. Dazu ziehen Sie dann bei Datenschutzerklärungen die entsprechenden Unterlagen zusammen und teilen den Eltern mit, sie hätten einen Anspruch. Dann müssen diese Anträge gestellt werden bei den jeweils zuständigen Stellen. Und wer online nicht in der Lage ist, diese Anträge zu stellen, der hat dann 100 Beratungsstellen bei den Familienservicestellen in Deutschland. Heute haben wir 1.000 Jobcenter und damit wirkliche Anlaufstellen für die Familien in Deutschland. Liebe Ampel, liebe Frau Ministerin, Sie sind grundlegend auf dem falschen Weg. Nutzen Sie doch die Rechtsgrundlagen, die wir schon haben. Fassen Sie die Anträge zusammen. Digitalisieren Sie die Anträge. Pauschalieren Sie den Teilhabetrag. Und zahlen Sie auch gern das Schulpaket automatisch mit aus. Aber bitte im vorhandenen System und investieren Sie die über 400 Millionen Euro pro Jahr bitte direkt in die Kinder und Jugendliche. Das wäre der richtige Weg. Und abschließend, Das werden wichtige Beratungen. Und ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, bei diesen Beratungen die Stärke auf die Kritik, die so groß ist, auch tatsächlich einzugehen. Wir helfen dabei gerne mit. Vielen Dank. Die Kritik kommt auch unter anderem von zahlreichen Sozial- und Kinderschutzverbänden, die hier vor dieser ersten Lesung im Bundestag umfangreiche Nachbesserungen an den Plänen gefordert haben. Beispielsweise der Sozialverband, Frau Dikar, aber auch der Kinderschutzbund. Die geplanten 2,4 Milliarden Euro mehr, die reichten bei weitem nicht aus. Unter anderem so die Kritik. Wenn man in der vergangenen Wahlperiode mit der Union in einer Koalition sein durfte, dann ist man schon verwundert, was die Union plötzlich alles möchte, liebe Silvia Breher. Schade, sie hört nicht zu. Aber was die Union plötzlich alles möchte und welche Kritik sie dann auch hat. Dass wir es wirklich sehr mühsam hatten in der letzten Wahlperiode, eine Verbesserung für Alleinerziehende gegen einen Finanzminister Schäuble oder einen Fraktionsvorsitzenden Kauder durchzusetzen, daran erinnere ich mich noch sehr. Aber es ist ja in den letzten Wahlperioden, in den letzten Wahlperioden, die Große Koalition ging etwas länger. Und da ist mir das schon sehr bewusst gewesen, wie schwierig das war, Verbesserungen für Alleinerziehende durchzusetzen. Ich gratuliere ja zu diesem Fortschritt und freue mich, wenn wir da Verbesserungen im Laufe des parlamentarischen Prozesses mit Ihnen gemeinsam sogar hinkriegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann auch zu sagen, okay, der Kindergrundsicherungs-Check ist ja nur eine Kernbestimmung. Wir hätten uns ja mal gewünscht, wenn wir mit der Union in den vergangenen Jahren mal dazu gekommen wären, dass der Staat als Partner auftritt und tatsächlich den Familien tatsächlich mal darlegt und das auszahlt, was Sie wollen. Das haben wir mit Ihnen nie hinbekommen. Die Ampel bekommt es hin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Digitalisierung und Pauschalisierung, die Sie eingefordert haben, die ist ja im Gesetzentwurf drin. Das ist ja die Grundlage dessen, was wir hier auch gerade machen. Also lesen Sie den Gesetzentwurf und behaupten Sie nicht Dinge. Ich will nur grundsätzlich noch eins vor allen Dingen sagen. Diese Kindergrundsicherung besteht für uns auch aus zwei Säulen, für uns Sozialdemokraten insbesondere. Die eine Säule, das ist die Investition in Infrastruktur, in Bildung tatsächlich. Das tun wir auch. Das haben wir übrigens auch als Große Koalition sogar gemeinsam getan. Führen wir jetzt in der Ampel vor. Gute-Kita-Gesetz, Finanzierung, Ganztag und so weiter. Das ist die eine Säule. Aber was ich nicht will, ist, dass die eine Säule gegen die andere Säule ausgespielt wird. Das können wir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Familien brauchen auch finanzielle Unterstützung. Und Ziel dieser Kindergrundsicherung ist, und so ist es auch angelegt in dem Gesetzentwurf, ist, dass die Familien und die Kinder auch tatsächlich die Leistungen erhalten, auf die sie einen Anspruch haben. Das haben wir auch in der Vergangenheit nie mit ihnen geschafft. Die Ampel schafft es, dass wir sagen, ja, der Anspruch beispielsweise bei Kinderzuschlag, der ist ja nie ausgefüllt worden von vielen. Den schaffen wir jetzt so, den organisieren wir jetzt so, dass tatsächlich auch die Kinder und Familien die Leistung bekommen, die ihnen zusteht. Das ist Ziel dieser Kindergrundsicherung und das führen wir ein, was wir mit der Union nicht geschafft haben. Und natürlich ist es Leistung aus einer Hand auch, die wir auch bringen. Und Leistung aus einer Hand heißt vor allen Dingen ein Ansprechpartner vor Ort. Da ist es völlig egal, ob im Hintergrund Kommune mit Agentur für Arbeit oder sonst was das macht. Das ist doch den Bürgerinnen und Bürgern völlig egal. Die brauchen einen Ansprechpartner. Und das ist auch Ziel dieses Grundgesetzes, dass wir das so machen. Wir sind in der ersten Lesung, aber vom parlamentarischen Verfahren hat die Union anscheinend auch nicht viel gehört. Aber das ist unser Ziel. Da sind gute Ansätze dabei. Wir wollen sie noch besser machen. Das ist ganz normal im parlamentarischen Verfahren. Aber es ist jetzt schon im Entwurf besser als im jetzigen Ist-Zustand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist vor allen Dingen wichtig. Wir erreichen damit, dass Staat mehr Partner der Bürgerinnen und Bürger ist und nicht die Stelle sein soll, wo man zur Bittstellung hinkommen soll. Wir sind diejenigen, die serviceorientiert den Staat organisieren, damit Sozialleistungen auch tatsächlich bei denen ankommen, die sie nötig haben. Und das ist etwas, was eigentlich ein großer sozialpolitischer Schritt ist. Und das ist das, was Frau Ministerin Paus auch meint mit einer großen sozialpolitischen Reform. Etwas, was wir als Ampel gemeinsam wollen, den Partner im Sozialstaat. Die Menschen sollen die Leistung bekommen, die ihnen zustehen. Und die Kinder sollen vor Armut bewahrt werden und aus Armut rausgeholt werden. Das macht die Kindergrundsicherung. Herzlichen Dank. Sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Sönke Rix. Ja, die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen. Einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag und einem nach Alter der Kinder und Einkommen der Eltern gestaffelten Zusatzbeitrag. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Kindergrundsicherung wird von der grünen Ampel ja als ein Herzensprojekt gepriesen. Aber wir wissen ja alle, was die eigentlichen Herzensprojekte dieser grünen Ampel sind. Abschaltung klimafreundlicher Kernkraftwerke, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, allumfassende Deindustrialisierung Deutschlands und ungezügelte Masseneinwanderung. Das ist der politische Rahmen, mit dem Sie Familien in Deutschland in Armut treiben. Aber dafür werden Sie zu Recht in ganz Deutschland bei den Wahlen abgestraft. Und das ist gut so. Allein die Ausgaben im Zusammenhang mit Flucht und Migration belaufen sich in diesem Jahr auf 48,2 Milliarden Euro. Und für Ihren großen Wurf für Familien haben Sie 2,4 Milliarden kümmerlicherweise übrig. Auch das ein Skandal, der für sich spricht. Das alles wird umso perverser, als Ihre ganze Sozialrhetorik von Ihrer eigenen konkreten Politik natürlich permanent sabotiert werden. Was Sie Familien und Haushalten auf der einen Seite geben, nehmen Sie ihn auf der anderen Seite nämlich sofort wieder weg. Ihre ganze Kindergrundsicherung löst sich angesichts des Schocks, den Familien beim Einkauf und der entsprechenden Rechnung und bei den Energiepreisen erhalten sofort in nichts auf. Meine Damen und Herren, so etwas ist nur als eins zu bezeichnen, nämlich als Etikettenschwindel. Und da haben wir Sie schon wieder politisch gestellt, meine Damen und Herren. Und bei der Kindergrundsicherung ist es dann auch so wie beim Bürgergeld. Ungleich viel Geld wird seit 2015 in importierte Armut gepumpt. Die Zahl der ausländischen Kinder in Transferleistungen hat sich seit 2010 verdreifacht. 2010 waren es 303.962. Dieses Jahr sind es 935.000. Die meisten kommen aus Syrien und der Ukraine. Und ich sage Ihnen, die Stimmung der Menschen in diesem Land, sie macht deutlich, dass das Verständnis für eine Politik, die Sozialleistungen in alle Welt verschenkt und das eigene Volk in Armut treibt, endgültig aufgebraucht ist, meine Damen und Herren. Die Kindergrundsicherung ist ein weiteres Instrument zur finanziellen Beglückung aller Welt und das einen weiteren Anreiz zur Migration in unsere ohnehin ausgezehrten Sozialsysteme leistet, meine Damen und Herren. Zudem ist die Kindergrundsicherung ein weiterer Baustein innerhalb des linksgrünen Gesellschaftsumbaus. Er reiht sich ein in eine ganze Kette ähnlich gelagerter Projekte, wie zum Beispiel auch den sogenannten Kinderrechten im Grundgesetz. Eines haben all diese Projekte gemeinsam. Das Kind soll aus dem sozialen Zusammenhang der Familie herausgelöst werden und in die Hände eines vermeintlich gnädigen linken Gesinnungsstaats überführt werden. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie propagieren die Entkopplung des Kindes von seinen Eltern. Grüne und SPD im Besonderen wollen die Hoheit des Staates über den Kinderbetten. Aber das werden wir verhindern, meine Damen und Herren. Die Familien, die Eltern, das ist für Sie, für Sie alle eigentlich nur eine lästige Zwischenebene, die das Risiko birgt, dass Kinder nicht von ihren Eltern erzogen und finanziert werden, sondern besser von linken Ideologen und genau so erzogen werden, wie Sie es gerne hätten. Aber auch das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Man darf am Schluss Folgendes sagen. Auch hiermit mit diesem Gesetz gehen Sie einen weiteren Weg auf dem von Ihnen bekannten Weg der Entmündigung der Eltern, der Entmündigung von Familien und der Beglückung aller Welt. Aber da machen wir als AfD nicht mit. Denn wir sagen als Einzige unsere Familien und unser Deutschland zuerst. Vielen Dank. So, bitte einmal durchatmen. Der nächste Redner ist Martin Gassner-Herz für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich kann Ihnen versichern, ich habe den Gesetzentwurf gelesen und möchte jetzt darum auch wieder über die Kindergrundsicherung sprechen. Jedes Kind muss die Chance haben, etwas aus sich zu machen, sich in der Gesellschaft zu entfalten, sich einzusetzen und zu erfahren, was es heißt, dass sich die eigene Leistung auch tatsächlich lohnt. Genau das ist der Kern der Kindergrundsicherung. Wir wollen selbstbestimmte junge Menschen darin unterstützen, ihren Weg zu gehen, um Polizistin, Ingenieur, Maurer und Ärztin von morgen zu werden. Darum akzeptieren wir nicht, dass ausgerechnet Kinder, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, heute auf den dichtesten Dschungel an deutscher Sozialbürokratie geraten, den wir so zu bieten haben. Dafür, dass es einfacher werden muss, damit Kinder mehr Chancen haben, kämpfen wir, Freie Demokraten, schon sehr lange. In unserem Wahlprogramm wurde das Vorhaben in drei Säulen beschrieben. Dieser Struktur aus Kindergarantiebetrag, Kinderzusatzbetrag und Kinderschancenportal folgt nun auch die Kindergrundsicherung. Sie ist aber nicht die einzige und endgültige Lösung, die alle Probleme von armutsgefährdeten Kindern lösen wird. Sönke Rix hat auf weitere Vorhaben der Bundesregierung schon hingewiesen. Ich würde da noch mal als Schlagworte des Stadtchancenprogramms und des Kita-Qualitätsgesetzes nennen wollen. Für uns Freie Demokraten ist klar, die Formel mehr Transfer führt zu weniger Armut, greift aber zu kurz. Armut ist mehr als fehlendes Geld. Darum liegt uns auch so viel am Kinderchancenportal. Bisher werden die großartigen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets kaum abgerufen. Zu oft scheitert die Unterstützung zum Schulausflug am zerknüllten Antragszettel, der drei Wochen zu spät am Boden des Ranzens wieder auftaucht. Mit dem Kinderchancenportal versprechen wir, dass ein einfaches mehr Geld nicht leisten kann. Teilhabe zu schaffen für junge Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, dass der Sportclub oder Musikverein um die Ecke sie gerne willkommen heißen würde. Das bundesweite Kinderchancenportal wird kommen und ein Gamechanger sein. Darum achten wir darauf, dass wir es auch zügig umsetzen werden. Es geht bei der Kindergrundsicherung also nicht nur um Geld, aber natürlich auch um Unterstützung zum Lebensunterhalt. Familien, die in einer schwierigen Situation geraten, werden heute mit Zettelwirtschaft verschiedenster Ämter geflutet, bis die Hilfe auch tatsächlich ankommt. So kann der Staat nicht mit seinen Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Darum werden wir jetzt im parlamentarischen Verfahren genau darauf achten, dass der zuvor beschriebene Dschungel der Sozialbürokratie auch tatsächlich gelichtet wird. Bestehende Leistungen sollen zu einem modernen und digitalen Verwaltungsproszess zusammengeführt werden, zum Vorteil für die Familien. Nicht vergessen dürfen wir aber, dass es bei der Kindergrundsicherung nicht nur um Vierjährige geht, sondern auch um junge Menschen, die ins Leben durchstarten. Für sie muss es sich lohnen, voranzukommen, unabhängig zu werden, auf eigenen Beinen zu stehen. Dafür brauchen sie eine gute Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und das Wissen, dass sich jeder ihrer Mehranstrengungen lohnt. Im Bürgergeld haben wir als Freie Demokraten Verbesserungen für genau diese Mehranstrengungen junger Menschen erreicht. Und das muss die Kindergrundsicherung auch erhalten. Die beste Hilfe für arme Familien bleibt aber natürlich, mehr Erwerbsarbeit bei den Eltern. Diese Reform muss deshalb selbstverständlich an ein Gesamtkonzept für mehr Arbeitseinreize im Sozialstaat gekoppelt sein. Daher werden wir uns die Ergebnisse des Forschungsauftrags zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserungen der Erwerbsanreize des BMAS genau anschauen und notwendige Anpassungen sicherstellen. Uns geht als Freie Demokraten darum, dass sich die Arbeit noch mehr lohnt und weniger Menschen überhaupt auf den Sozialstaat angewiesen sind. Das muss durch die Kindergrundsicherung genauso wie im Bürgergeld unterstützt werden und das Lohnabstandsgebot nicht gefährden. Jetzt beginnt das parlamentarische Verfahren. In der kommenden Wochen werden die Expertise zahlreicher Verbände und Fachleute zur Kindergrundsicherung im Ausschuss gehört und natürlich dann auch berücksichtigt. Mit dabei sind auch die Kommunen und die Agentur für Arbeit, also genau die Verwaltungsprofis, die verantwortlich sein werden, die Kindergrundsicherung auch tatsächlich und tagtäglich erfolgreich umzusetzen und die Versprechen, die wir als Politik damit machen, mit Leben zu füllen. Zusammen müssen wir für eine gelungene Umsetzung sorgen. Die zentrale Aufgabe ist, dass Familien, die einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben, diese auch zuverlässig erhalten. Denn in ihrer Wirkung wird die Kindergrundsicherung zwar mehr als eine Verwaltungsreform sein, aber im Kern bleibt sie doch eine Verwaltungsreform, die am Ende funktionieren muss. Das hört sich alles nicht so einfach und vielleicht auch gar nicht sexy an, aber das Ziel ist alle Mühe wert. Das sagt hier für die FDP Martin Gassner-Herz. Ja, die Ampel, die war ja uneins auch über die finanzielle Ausgestaltung der Grundsicherung. Dieser Paus von den Grünen, die Familienministerin, wollte zunächst 12 Milliarden veranschlagen, 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung, weil auch mehr Familien mit höherem Bezügen davon profitieren sollten, mit einer höheren Grundsicherung. Und Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, der hatte sozusagen die Meinung vertreten, dass das Beantragen eben bisher zu bürokratisch sei auf verschiedene Ämter verteilt. Und das hat ja eben auch der Redner der FDP nochmal betont. Das soll sich also vereinfachen. Man hat sich getroffen bei einem Mehrkostenbeitrag für 2025 von 2,4 Milliarden Euro. Nächste Rednerin, Heidi Reichenig für Die Linke. Das ist jetzt das Ende der Kinderarmut. Das ist ein Systemwechsel. Aber stimmt das eigentlich? Ich zeige Ihnen, dass das nicht so ist. Und zwar kurz und knapp. Erstens. Leistungserhöhung wäre nötig. Denn wenn Kinder aus Armut geholt werden sollen, dann brauchen sie bzw. ihre Familien schlicht und ergreifend mehr Geld. Aber das gibt es nicht. Es gibt nur einen Inflationsausgleich. Zweitens. Entbürokratisierung wäre sinnvoll. Sie sagen, ein Amt für alle. Das stimmt aber nicht. Die Ärmsten müssen weiter mindestens zur Familienkasse und zum Jobcenter gehen. Das macht alles viel komplizierter. Es droht also, dass Leistungen, die den Familien zustehen, wieder nicht abgerufen werden. Und drittens. Keine schlechte Stellung. Das wäre ja wirklich das absolute Minimum. Und selbst das kriegen Sie nicht hin. Wie ist das zum Beispiel bei Alleinerziehenden? Deren schulpflichtige Kinder, die Frau Ministerin hat es ja gerade gesagt, bekommen den Unterhaltsvorschuss nur dann bei der Kindergrundsicherung nicht wieder vollständig abgezogen, wenn die bzw. der Alleinerziehende mindestens 600 Euro verdient. Die Kinder von Alleinerziehenden werden also bestraft, wenn das Elternteil, das sich nicht um sie kümmert, keinen Unterhalt zahlt und das andere Elternteil nicht so viel arbeiten gehen kann, weil es vielleicht noch ein anderes Kind betreut oder weil kein Kitaplatz da ist. Dann haben die Kinder also weniger Geld. Wer hat sich denn diesen Schwachsinn ausgedacht? Also ich kann es mir denken, der Finanzminister. Der nennt das dann nämlich Erwerbsanreiz, als ob das Alleinerziehende nötig hätten. Die sind nämlich sowieso überproportional häufig erwerbstätig. Und dieses Argument immer wieder zu wiederholen und auch behaupten, die erwerbstätigen Foto von Alleinerziehenden würde sinken, das stimmt einfach nicht. Und dass sie sich bis heute nicht dafür entschuldigt hat, das finde ich eine Frechheit. Denn Alleinerziehenden Faulheit zu unterstellen, ist so ziemlich das Schäbigste, was man sich einfallen lassen kann. Eine echte Kindergrundsicherung muss das Existenzminimum von allen Kindern sichern. Daher kommt auch der Name. Eigentlich ganz einfach. Sie muss zum Beispiel Lebensmittel, Schulbedarf, Wohnkosten und Freizeitleben abdecken. Das fordern wir seit Jahren in unserem Konzept. Das kostet dann aber eben nicht die mickrigen 2,4 Milliarden, die Sie zur Verfügung stellen. Das kostet mindestens 25 Milliarden. Und das sagen nicht nur wir. Das sagen Sozialverbände und Gewerkschaften. Also alle, die Ahnung haben. Und bei unserem Konzept ist dann übrigens gleich auch noch ein Investitionspaket für Infrastruktur, für Kinder- und Jugendarbeit dabei. Denn das ermöglicht wirklich Teilhabe. Also schauen Sie gerne mal rein, da können Sie einiges von abschreiben. Aber wenn Sie lesen könnten, dann wüssten Sie, dass Kinderarmut, den Staat, jedes Jahr 100 Milliarden Euro kostet. Und wenn Sie rechnen könnten, dann wüssten Sie, dass 100 Milliarden minus 25 Milliarden 75 Milliarden sind. Die könnte man einsparen. Wenn also schon die Kinder nicht der Grund dazu sind, endlich mal Geld in die Hand zu nehmen, dann vielleicht diese Einsparungen. Und erzählen Sie mir nicht, dass jetzt kein Geld da sei. 100 Milliarden Sondervermögen haben Sie über Nacht für die Aufrüstung rausgehauen. 100 Milliarden lassen sich durch Steuerflucht durch die Lappen gehen. 60 Milliarden geben Sie jedes Jahr für klimaschädliche Subventionen aus. Da höre ich übrigens selten was von Generationengerechtigkeit. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich zum Schluss, wenn Sie so weitermachen, werden Sie als weitere Regierung in die Geschichte eingehen, die beim Kampf gegen Kinderarmut kläglich versagt hat. Nächste Rednerin ist Stefanie Effner für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen aber liebe Familien und Kinder. Das Sozialstaatsversprechen ist nur etwas wert, wenn Leistungen bei den Familien ankommen. Und liebe Frau Brea, da muss ich mich schon wundern, über wen Sie hier sprechen, wenn Sie von Kinderarmut reden, wenn Sie dann ausschließlich von Familien im Bürgergeldbezug reden. Sie vergessen dabei einen wesentlichen Teil der Familien, die heute nämlich nicht erreicht werden, weil beispielsweise der Kinderzuschlag nur von einem Drittel der Familien abgerufen wird. Und daran haben Sie 16 Jahre lang nichts geändert. Bleiben Sie in der Zwischenfrage? Nein, ich bringe jetzt meine Redezeit. Wir haben aber selbst, wenn wir davon reden, von den Familien, die im Bürgergeldbezug sind, auch für die gibt es heute nicht das eine System aus einem Guss, sondern sie wechseln oft zwischen einem und dem anderen System hin und her. Der Erwerbseinkommen der Eltern steigt, dann beziehen Sie Kinderzuschlag und Wohngeld, Erwerbseinkommen sinkt, dann wechseln Sie wieder zurück. Genau diese Familien, auch dort erleben wir nicht in Anspruchnahme von Leistungen. Und Leidtragende sind die Kinder in diesem System. Und Kinder sind keine kleinen Erwerbslosen. Und genau das ändern wir, indem wir in Zukunft proaktiv auf die Familien zugehen und an einer Stelle verschiedenste Leistungen bündeln und nur noch eine Stelle für alle Familien zuständig ist und sie nicht je nach Lebenssituation wechseln müssen zwischen den verschiedensten Systemen. Das gebietet der Respekt vor den Kindern, das gebietet der Respekt vor den Eltern. Und ich bitte, dass wir endlich aufhören mit dieser Erzählung. Wir müssen Eltern in Arbeit bringen und Anreize an dieser Stelle für sie schaffen. Eltern arbeiten sehr wohl. Kommen Sie bitte zum Schluss. Gerade Alleinerziehende tun das sogar viel häufiger, obwohl auf ihren Schultern viel mehr Care-Arbeit alleine lassen. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort Frau Bria von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Kollegin, wenn Sie hier schon so eine steile These in den Raum stellen und behaupten, nur der Kinderzuschlag würde nur bei 30 Prozent der Kinder ankommen, dann frage ich Sie, ob Sie mir zustimmen, dass 2018 bei der letzten Evaluation der Inanspruchnahme des Kinderzuschlages 250.000, 260.000 Kinder den Kinderzuschlag bekommen haben. Damals waren es 30 Prozent. Die letzten Zahlen aus dem vergangenen Jahr sind 960.000 Kinder, die absolut den Kinderzuschlag in Anspruch genommen haben. Wenn 250.000 30 Prozent sind, wie können denn 960.000 auch 30 Prozent sein, wenn gleichzeitig die Armutsquote in Deutschland nur um 2 Prozent gestiegen ist? Frau Abgeordnete Effner, mögen Sie antworten? Also jetzt hat nur eine Abgeordnete das Wort. Bitte schön. Liebe Frau Bria, die Gesamtzahl ist tatsächlich nicht gestiegen, aber Familien, und das wissen wir spätestens seit der Pandemie, sind überproportional von Armut betroffen. Und Sie haben in der Pandemie noch mal viel mehr darunter gelitten, weil Ihnen zum Beispiel Kinderbetreuungsangebote weggebrochen sind, weil soziale Netzwerke weggebrochen sind, und weil gerade auch momentan wir zum Beispiel in der Betreuungssituation von Kindern in Kindergärten oft ein großes Problem haben und deshalb gerade Alleinerziehende oft nicht arbeiten gehen können. Und wir betrachten die Kindergrundsicherung auch nicht als solitäre Lösung für Kinderarmut, sondern als einen Baustein von dreien, nämlich Bildungsinfrastruktur, finanzielle Unterstützung der Familien und Menschen in gut bezahlte Arbeit zu bringen. Nur diese drei Bausteine zusammen werden das Problem der Kinderarmut in diesem Land lösen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Kai Wettecker für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Eltern haben immer Sorgen um ihre Kinder. Kommt meine Tochter heute Abend sicher nach Hause, wird mein Sohn gesund bleiben, finden beide mal Arbeit. Diese Sorgen machen sich alle Eltern, ganz unabhängig vom Einkommen. Aber Eltern in Armut machen sich eben noch ganz andere Sorgen. Die fragen sich auch, in was für ein Zuhause kommt meine Tochter heute Abend, hoffentlich sicher nach Hause. Werde ich mir die Medizin leisten können, damit mein Sohn gesund bleibt? Wie sollen meine Kinder mal Arbeit finden, wenn ich selbst arbeitslos bin? Alle meine Vorredner der Ampel haben betont, dass die Kindergrundsicherung Kinderarmut bekämpft. Das ist das Ziel, das Sie mit Ihrem Gesetz erreichen wollen. Ich finde, dass Sie dieses Ziel nicht erreichen werden. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, die Kindergrundsicherung bedeutet knapp monatlich 30 Euro mehr pro Kind. Ich weiß, niemand hier im Hause würde sagen, dass das zu viel Geld für arme Kinder ist. Aber wenn Sie diese Eltern ihren Sorgen wirklich nehmen möchten, dann ist es mit 30 Euro mehr nicht getan. Sie müssen das Problem schon an der Wurzel packen, Frau Ministerin. Und das Hauptproblem von vielen Kindern in Armut ist, dass ihre Eltern arbeitslos sind oder zu wenig Geld verdienen. Heißt, für Eltern braucht es Jobs, 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 meine Damen und Herren. Wenn Eltern arbeiten, passieren nämlich drei positive Dinge. Es kommt Geld in die Haushaltskasse. Kinder lernen früh den Wert von Arbeit kennen. Und die Familie kann selbstbestimmt leben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass sie eine Arbeit finden. Dazu braucht es beispielsweise die Familiennutzen, die wir in unserem Antrag fordern. Denn die helfen Familien im Alltag und eben auch bei der Jobsuche. Aber jetzt kommen Sie... Erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Abgeordneten Starr von Bündnis 90 Die Grünen? Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage Zulagen entlassen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich erst mal bedanken für den sehr sachlichen Beitrag von Ihnen hier. Und ich freue mich tatsächlich über die Auseinandersetzung, weil ich glaube, wir werden sicher im parlamentarischen Verfahren noch das ein oder andere verbessern an diesem Gesetz. Deswegen wundere ich mich am besten, dass Sie jetzt schon sagen, das Gesetz ist nicht gut, weil wir gucken dann noch mal, wenn das Gesetz aus dem Parlament wieder rauskommt. Aber meine konkrete Frage ist, wo ich Ihnen nämlich zustimme, ist, wenn Eltern in gut bezahlter Arbeit sind, ist das ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Kinderarmut. Und deswegen frage ich Sie, warum haben Sie, warum hat Ihre Fraktion der Erhöhung des Mindestlohns dann nicht zugestimmt? Also, Frau Kollegin, erlauben Sie mir die Vorbemerkung. Ich hätte ja eigentlich die Erwartung gehabt, dass, wenn eine Ministerin zwei Jahre lang Zeit hatte, ein Gesetz zu schreiben, das so eine hohe qualitative Standard erfüllt, dass man hier das eigentlich relativ zügig behandeln kann. Das kriegen Sie ja offensichtlich nicht hin. Die Fachverbände schreien wie wild, dass dieses Gesetz fachlich murks ist. Das sollten Sie erst einmal zur Kenntnis nehmen. Zweite Frage, Ihre Frage. Der Mindestlohn allein löst die Situation nicht. Denn es kommt auch auf die Lebenssituation zu Hause darauf an, wie viele Kinder zum Beispiel zu Hause sind. Und es kommt auch darauf an, wie es mit dem Transferentzugsrahmen sind. Also, wie viel Geld kann ich von einem zusätzlich verdienten Euro erhalten, und da muss ich sagen, sind Sie blank. Da tun Sie nichts in dieser Frage. Und das kritisieren wir ganz massiv, Frau Kollegin. Ihr Kindergrundsicherungsklopper ist folgender. Ich sage Ihnen was. Anstatt, dass Sie den Familien mehr gemeinsame Zeit verschaffen, rauben Sie ja den Familien die Zeit. Denn die müssen jetzt, das hat meine Kollegin Brea schon gesagt, drei verschiedene Ansprechpartner gehen, um ein paar Euro mehr für Ihre Kinder zu bekommen. Ein Witz, meine Damen und Herren. Für Ihre Kindergrundsicherung nehmen Sie den Jobcentern das Geld weg, mit dem diese eigentlich arbeitslose Eltern in Jobs vermitteln sollen. Herr Rix, Sie spielen die Menschen in diesem Land aus. Arbeitslose werden schlechter vermittelt in Zukunft. Das ist Ihre Politik, die Sie betreiben. Die einzigen Jobs, die Sie schaffen, sind mehr als 5.000 Jobs bei der Bundesagentur für Arbeit. Die brauchen Sie nämlich, um die Kindergrundsicherung einzuführen. Das ist doch Hohn für jeden Arbeitssuchenden, Herr Gassner-Herz. Das ist Ihre Politik, die Sie betreiben. Kein Wunder, dass die BA da sagt, dass sie diese Kindergrundsicherung bis 2025 nicht einführen kann. Kurzum, Sie würden Kinderarmut am besten bekämpfen, wenn Sie dieses Gesetz sein lassen. Verwenden Sie stattdessen das Geld, um Familienlotsen in Jobcentern zu unterstützen. Denn das nachhaltigste Mittel gegen Armut heißt Jobs, Jobs, Jobs. Und Frau Effner, die haben wir in 16 Jahren Regionsregierung geschaffen. Sie müssen das noch erst beweisen. Kai Wittegger war das für die CDU-CSU-Fraktion, die Bundesagentur für Arbeit. Die hat tatsächlich für die Stellungnahme, für die Anhörung im Bundestag angekündigt, dass sie Schwierigkeiten sieht, das Ganze zum 1. Januar 2025 einzuführen und plädiert für eine schrittweise Einführung ab dem 1. Juli 2025. Stellen Sie sich doch bitte einmal folgende Situation vor. Sie sind sieben Jahre alt und freuen sich auf den Kindergeburtstag Ihrer besten Freundin. Aber es ist kein Geld für ein Geschenk da. Und Sie sind diejenigen, die sich schon wieder über eine Ausrede überlegen müssen, warum Sie nicht kommen können. Und am nächsten Tag können Sie natürlich auch bei nichts mitreden. Oder Sie sind 14 Jahre alt und gehen hungrig zur Schule. Der Magen knurrt, die Konzentrationsfähigkeit schwindet. Und dann der Blick zur Seite. Überall gefüllte Brotboxen, nur Sie gehen leer aus. Oder Sie können an der Klassenfahrt nicht teilnehmen, weil kein Geld da ist. Und dann melden Sie sich schon lieber krank. Und das ist leider in vielen Familien heutzutage Realität. Und das, das macht was mit unseren Kindern. Denn Armut bedeutet oftmals schlechtere Bildungschancen, soziale Ausgrenzung, häufig gesundheitliche Nachteile und schließlich auch schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Gefahr, als Erwachsene selbst soziale Sicherungssysteme in Anspruch zu nehmen, steigt. Und aufgrund dieser ganzen Auswirkung ist die Bekämpfung von Kinderarmut eine der zentralsten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Und daher ist es richtig, dass wir uns als Ampelfraktion darauf verständigt haben, der Kinderarmut den Kampf anzusagen und die Kindergrundsicherung einzuführen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben diese Notwendigkeit schon vor langer Zeit erkannt und uns immer wieder für die stärkere Unterstützung von armutsgefährdeten Kindern und auch ihrer Familien stark gemacht. Und deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode als erste Schritte das Kindergeld und den Kinderzuschlag erhöht, das Wohngeld, das Bürgergeld und das BAföG reformiert, so wie den Mindestlohn angehoben. Aber Problem ist noch, viele Leistungen sind unbekannt, bürokratisch und kompliziert. Und schlicht und ergreifend, sie kommen nicht dort an, wo sie gebraucht werden. Aber mit der Kindergrundsicherung haben wir nun eine Möglichkeit, eine Leistung zu schaffen, um Familien noch besser zu unterstützen und einen Systemwechsel herbeizuführen. Mit ihr werden zentrale familienpolitische Leistungen gebündelt, digitalisiert und vereinfacht. Das ist ein ebenso komplexes und weitreichendes wie auch wichtiges Unterfahren. Und daher bin ich sehr froh, dass auch die Zivilgesellschaft unser Ziel teilt, Kinderarmut stärker zu bekämpfen und viele Vereine und Verbände mit uns zu diesem Thema im Austausch sind. Und ich möchte die Gelegenheit hier gerne nutzen, um mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei Ihnen dafür zu bedanken. Für Ihr Engagement und für Ihre ständige Bereitschaft, uns bei der Bewältigung dieser großen Herausforderung zur Seite zu stehen und Lösungen zu erarbeiten. Nun ist also der Moment gekommen, in dem wir uns als Parlament intensiv in den Prozess zur Gestaltung der Kindergrundsicherung einbringen können. Und seien Sie sicher, das werden wir als SPD-Bundestagsfraktion auch tun. Wir werden den Entwurf auf Herz und Nieren prüfen und unsere Vorstellungen und Vorschläge einbringen. Klares Ziel muss dabei sein, eine Leistung zu schaffen, die auch wirklich bei den Kindern ankommt, die es am meisten brauchen. Eine Leistung, die soziale Gerechtigkeit stärkt und Chancengerechtigkeit fördert. Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf legen wir also den Grundstein für ein zukunftsfähiges, modernes System der Familienförderung. Wir müssen diesen Systemwechsel jetzt einläuten, damit wir in der Zukunft nicht noch vor größeren gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Lassen Sie uns zum Wohle unserer Kinder auch gerne alle gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Danke, Sarah Lahrkamp für die SPD-Fraktion. Und jetzt hören wir für die Unionsfraktion noch eine Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Dorothee Bär wird es sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit zwei Jahren wiederholt die Ampel mantraartig, dass die Kindergrundsicherung die Lösung aller Probleme ist. Egal, wonach gefragt wird, Kindergrundsicherung, Kindergrundsicherung, Kindergrundsicherung. Und das können wir natürlich auch mit unseren parlamentarischen Anfragen nachweisen. Aber, und das muss ich auch hier wiederholen, das, was die Ampel mit dieser Kindergrundsicherung vorlegt, muss man sagen, es ist eine familienpolitische Zumutung, die Sie den Eltern, die Sie den Familien in diesem Land antun. Und, liebe Frau Pau, sehr geehrte Frau Ministerin, wann sehen Sie es denn endlich ein? Wie viele Expertenstellungnahmen brauchen Sie noch, die diesen Gesetzentwurf in der Luft zerreißen? Wie viele Experten brauchen Sie? Genau, die hatten auch gar keine Zeit. Sie haben Ihnen eine Woche gegeben. Und dann erwarten Sie, dass eine Stellungnahme kommt. Dann kommt sie, die Sie zerreißt. Und dann sagen alle, das wird doch nichts. Und Sie hören trotzdem nicht drauf. Sie schaffen es weder zeitlich noch inhaltlich, den Experten ausreichend Zeit zu geben. Dieses Gesetz löst kein einziges Problem. Es schafft viele neue. Und dieses Gesetz wird kein einziges Kind in Deutschland aus der Armut holen. Und das wollen Sie eben nicht wahrhaben. Dieses Gesetz konterkariert Erwerbsanreize für Eltern. Das ist ja schön, was von der FDP alles erzählt wurde. Es stimmt halt nur leider nicht, was Sie erzählt haben. Es schafft mehr Bürokratie statt weniger. Die FDP wollte mal eine Entbürokratisierungspartei sein. Denn seitdem Sie hier mitregieren, wird es immer bürokratischer in diesem Land. Sie baustigen den Zusatzbetrag. Frau Abgeordnete. Entschuldigung. Alles gut. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Effner. Von wem? Von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, gerne. Frau Bär, Sie verweisen jetzt auf die Stellungnahmen der Experten. Wir sind ja erst am Beginn des parlamentarischen Verfahrens. Aber wenn Ihnen diese Expertinnen so wichtig sind und was, die sagen, seit 2009 gibt es das Bündnis Kindergrundsicherung, was seitdem die Einführung einer Kindergrundsicherung fordert. Warum haben Sie denn dann in Ihrer Regierungszeit nicht auf dieses Bündnis gehört? Wenn die Kindergrundsicherung eine echte Kindergrundsicherung wäre, und ich muss Ihnen ja dazu gratulieren, dass der Name sich toll anhört, aber nur schöne Namen reichen halt nicht. Sie müssen es mit Inhalten föhnen. Und deswegen sage ich noch mal ganz deutlich, im Koalitionsvertrag festgelegt, ist ja schön, dass Sie auch mal was umsetzen wollen, was im Koalitionsvertrag steht, im Vergleich zu den Sprachkitas, die Sie ja alle radikal rasiert haben an dieser Stelle. Aber wenn diese Kindergrundsicherung einfach nur eine Mogelpackung ist, wie es meine Kollegin Silvia Breer Ihnen auch gerade noch mal in Stammbuch geschrieben hat, wenn kein einziges Kind aus der Armut geholt wäre, dann muss ich sagen, etwas übers Knie zu brechen, einfach nur, um zu sagen, wir hatten Recht, aber schlechtere Verhältnisse zu unterlassen, das ist einfach nicht Wohlfall in diesem Land. Und deswegen werden wir auch nicht nachlassen, den Finger in die Wunde zu legen. Vielen herzlichen Dank, 16 Jahre, 16 Jahre, dass es Ihnen nicht peinlich ist, Herr Kollege, dass es Ihnen nicht peinlich ist, dass es Ihnen nicht peinlich ist. Schauen Sie mal in den Spiegel, das ist wirklich langsam nicht mehr auszuhalten. So, jetzt kommen wir mal wieder zur Sachlichkeit zurück. Sie bauschen den Kinderzusatzbetrag künstlich auf mit einer Wohnkostenpauschale, die nichts anderes und das sogar noch weniger ist als die bisherige Bedarfsanmeldung, sogar noch schlechter, weil nicht automatisch bedarfsgerecht, dann ist auch schon angesprochen worden. Und ich möchte es noch mal betonen, weil gerade die Union die Fraktion war, die am meisten für die Alleinerziehenden getan hat in diesem Land, muss man ganz klar festhalten, dass jetzt die Alleinerziehenden aufwachen werden, böse erwachen, wenn sie künftig wegen der Herabsetzung der Altersgrenze für über Siebenjährige einen Ablehnungsbescheid bekommen werden, was den Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt betrifft. Ich weiß nicht, wie oft wir es schon gehört haben, dass mit der Bringschuld und Hohlschuld, Sie haben anscheinend gar nicht kapiert, was eine Bringschuld und eine Hohlschuld ist. Es wird nämlich viel, viel schwieriger für diese Familien. Man muss jetzt künftig für Kindergarantiebetrag, Kinderzusatzbetrag, Leistungen für Bildung und Teilhabe jeweils zu unterschiedlichen Behörden gehen. Ist Ihnen das nicht unangenehm, dass es für Familien immer komplizierter wird in diesem Land? Und Sie feiern sich ab. Das ist doch nicht mehr normal, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und diese Mehr von der Bringschuld ist ein Skandal. Und jetzt, vorhin wurde die BA erwähnt, ich möchte die BA auch erwähnen, die umsetzende Behörde sagt jetzt, wir schaffen es gar nicht zum 01.01.2025, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt haben wir 23. Sie schaffen es nicht zum 01.01.2025. Also gehen nochmals viele, viele Monate mehr ins Land. Die BA müsste schnellstmöglich auch noch mal über 5.000 Vollzeitstellen schaffen. Wenn das Ihre Art ist, zu sagen, wir tun doch was für Jobs in Deutschland, wir machen jetzt 5.000 neue Stellen bei der BA, haben Sie es einfach nicht verstanden. Deswegen sage ich noch mal, wir sind die Partei der Familien. Wir sind diejenigen, die nicht Milliarden in Transferleistungen ausgeben, die nicht neue Behörden aufbauen. Machen Sie eine Familienpolitik, die Sie guten Gewissens vertreten, mit dem Gesetzentwurf sicherlich nicht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär für die Unionsfraktion hat sie hier gesprochen. Und jetzt noch mal Gelegenheit zur Erwiderung aus den Reihen der SPD. Letzte Rednerin hier zu dem Punkt, Annika Klose. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen, werte Zuschauerinnen! Der deutsche Sozialstaat ist eine große Errungenschaft und ein sehr hohes Gut. Doch unser Sozialstaat ist auch sehr kompliziert, oft zu bürokratisch und wenig digital. Gerade Familien können davon leider häufig ein Lied singen. Wer ein Kind bekommt, verbringt erst mal viel Zeit mit Anträgen und Ämtern. Anmeldung beim Standesamt, Anmeldung bei der Familienkasse, Beantragung von Elterngeld und noch so einiges mehr. Und für Menschen mit geringem Einkommen kommen noch weitere Stellen obendrauf, und zwar das Jobcenter, möglicherweise Sozialamt oder die Wohngeldstelle. Hier wird also viel Zeit mit Dutzenden Behördengängen vergeudet, die mit dem Kennenlernen des neuen Familienmitglieds sicherlich sehr viel besser verwendet wäre. Auch im weiteren Lebensverlauf wird der aktuelle Dschungel an Sozial- und Familienleistung eher dichter als durchsichtiger. Werte Damen und Herren, das ist ein Zustand, der nicht nur lästig ist, sondern ein echtes Problem. Er führt nämlich auch dazu, dass Menschen, die Unterstützung und Hilfe nötig haben, sie eigentlich dringend bräuchten, diese nicht bekommen. Laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands sind es bei Kindern zwischen sechs und 15 Jahren im SGB II ganze 85 Prozent, die ihre Leistung für Bildung und Teilhabe nicht abrufen. Das ist ein absolut katastrophaler Wert, der eigentlich auch den letzten CDU-Land klarmachen müsste, dass das aktuelle System so nicht funktioniert und es einen Neustart braucht. Und genau das versuchen wir jetzt mit der Kindergrundsicherung. Werte Kolleginnen und Kollegen der Opposition, Sie haben an unserem Vorhaben ja jetzt viel kritisiert, auch heute in dieser Debatte, dass darüber zu viel diskutiert wurde, hat man gehört, oder dass die Leistungen zu niedrig sind, dass sie zu spät eingeführt wird oder dass sich eben auch neue Fragen stellen, wenn man andere Fragen löst. An dem einen oder anderen Punkt ist ja vielleicht sogar was dran. Und genau das werden wir uns im parlamentarischen Verfahren ja jetzt auch nochmal anschauen. Aber werte Damen und Herren, bei aller berechtigter Kritik sollte doch auch zur Kenntnis genommen werden, was wir hier mit diesem Gesetz eigentlich jetzt gerade auf den Weg bringen. Diese Koalition hat wenigstens den Mut, unseren Sozialstand mal grundlegend umzugestalten und neue Weichen zu stellen. Etwas, was Sie 16 Jahre lang eben nicht mal versucht haben. Unser Ziel muss es doch sein, zukünftig für Anträge und Leistungen nur noch eine Anlaufstelle für eine Familie zu haben statt drei oder vier. Und einen Anlaufstelle Antrag zu stellen statt fünf oder sechs. Unser Ziel ist es, dass sich unser Föderalismus nicht zulasten der Bürgerinnen und Bürger auswirkt, weil sie vom Kommune zum Land zum Bund hin und her geschickt werden, sondern dass in Zukunft die Daten zwischen den Behörden laufen und eben nicht mehr die Bürger. Wir wollen die Weichen dahin stellen, dass die Daten zukünftig, die eh schon vorliegen, automatisch abgerufen und auf mögliche Ansprüche proaktiv hingewiesen wird. Ich glaube, es ist richtig, dass wir endlich uns auf diesen Weg machen, die Familien zu entlasten. Schade, dass noch nicht alle hier die Zeichen der Zeit erkannt haben. Aber vielleicht helfen Ihnen ja auch, die nächsten Wochen nochmal darüber nachzudenken. Ich freue mich jedenfalls auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Applaus Wie sagt Annika Klose von der SPD als letzte Rednerin. Und wenn Sie diese Debatte verfolgt haben, hier zur ersten Lesung des Gesetzentwurf zur Einführung einer Kindergrundsicherung, dann kann man sich vorstellen, dass die parlamentarischen Beratungen nochmal sehr lebhaft werden. Auch aus den Ampelfraktionen kam ja durchaus der Wunsch und der Wille nach Nachbesserung. Ja, die Kindergrundsicherung soll ab 2025 wesentliche Familienleistungen bündeln und leichter zugänglich werden, machen. Es gab lange Streit darum, um die Finanzierung. Die Ampelkoalition hatte sich im September geeinigt. Aber die Kritik an der Umsetzung, die hält an, nicht nur im Parlament, sondern auch bei verschiedenen Sozialverbänden und zum Beispiel auch beim Kinderschutzbund. eingestimmt acht und